Als ich gesehen habe, dass ich noch einkaufen sollte, habe ich gedacht. Und wieso nicht mit dem Cargo-Bike zum Hochladen? Ich schätze, es kann spontan sein. In meinem dichten Alltag ist mir genau diese Flexibilität wichtig. Eigentlich ist für mich das Einkaufen jetzt Nebensache. Ich geniesse einfach die Zeit auf dem Velo. Das ist meine persönliche Auszeit. Mit dem Cargo-Bike kann ich die Zeit ideal nutzen und ohne Mühe auch mal schwere Sachen transportieren. Wir von Barbier sind von Anfang an ein Car-Velo-to-Go-Host. Das Lasten-Velo haben wir vor allem für unsere Gäste und Bewohner aus dem Quartier. Manchmal brauchen wir es aber auch selber, für Auslieferungen zu machen. Ein cooles Projekt. Es freut mich jedes Mal, wenn die Leute mit einem Lächeln im Gesicht wieder zurückkommen.